ein theoretisch könnten wir hier noch vier stück auf die rückseite zimmern das lassen wir uns mal offen wir wollen noch ein neues tier und das hätte ich gerne sagen wir gucken noch mal nach den bauplänen das interessiert nämlich jetzt mal baupläne die hege primaten gehege pflanzenfresser gehege katzenartige bären klein primaten pflanzenfresser was ist denn hier große pflanzenfresser das ist ja hier elefant und giraffe und so kann man nicht machen passt ja eigentlich zum thema afrika ja nee ist klar aber cool hier schön reinpassen das müssen wir wieder fett absenken ich mir die wege hier so angucke wieso zum henke hängt das so in der luft ja klar terra bearbeitung anschließt denken ich gehe mal auf niveau hier ich glaube so geht es oder ja so ist okay ja Und... Gut, okay, dann muss ich jetzt mal rauszoomen und das mal per Hand so verschieben. Wie ich es gerne hätte. Irgendwie so. So, fände ich ganz nice. So, lassen wir uns auch. Terrar-Bearbeitung fehlgeschlagen. Weltachse witzeln. Drehung auf Weltachse. Wo hängt es denn? Jetzt hängt es wieder in der Luft. Ach, ich war zu dicht dran, oder was? Oh. 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 Wie geil ist das denn bitte? Geht nicht, mag er nicht, ich verstehe noch nicht warum, der Zaun kann doch äh... Wird bald an Altersschwäche sterben, oh nein... Da geht's! Wieso ist denn da jetzt ein Graben drum? Hä? Warte mal... Okay... Das ist unnötig... Das ist unnötig... Da geht's... Jetzt mal so klar... Hä? Scheiße... Ich wollte eigentlich alles hier... Äh... So, kann ich dich verschieben... Das ist auch so gemacht... Haha... Sieht doch schick aus, oder? Verdammt... Ist doch zum Kotzen... Ich muss halt hier hin... Wieso ist jetzt hier ein Loch? Ach... Alles... Ah... Ich hoffe ich habe jetzt hier nichts ausgewählt, was woanders dran hängt... Ah... Das Wasser... Warte mal... Äh... Wasser entfernen... Gut... 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 Jetzt... Kletten... Okay... Okay... Das war ein Satz mit X... Nehme ich mal nix... Gott... Hat ja... Hat ja... Hat ja... Hat ja gelohnt... So... Baupläne... Ach... Das ist das falsche Gehege... Ich wollte gerade sagen, wieso ist denn das so klein... Äh... Was ist jetzt von der Höhe her? Jetzt ist es hier auf dem Boden auf... Was ist das mit der Terrain Bearbeitung? Ich checke es nicht... Okay... So... Mal mit dem anderen... Vielleicht liegt es einfach nur am... Äh... Wasser, was da drin war... Und... Denn... So... den ganzen Scheißhack nicht mitnehmen. Daran liegt's. Daran liegt's. Ja. Da musste vorher das Gelände dementsprechend... Für was haben die dann diese Dinger hier drin? Wenn's eh nicht passt. Okay. Alles klar. Wir bauen unsere eigenen Gehege. Sehr viel schöner. Aber wir könnten trotzdem hier so ein Pflanzenfresser-Dings bauen. Was haben die denn hier für Zäune? Die haben Mauer genommen. Mauer. Okay. Okay. Die können doch auch hier... Ah, die Erde wird. Ah. oh So, jetzt können wir hier ein Türchen einbauen Oh, direkt hier an die Kante So, jetzt erhöhen wir das Ganze mal Ich mach das mal zu So, ja, genau Da kann ich das doch komplett erhöhen, oder? Wie war das? Okay, ja, wir bearbeiten Ich rück mich einmal komplett außenrum Naja, gut, okay Weil ich hätte den Zaun jetzt gerne ein bisschen höher Besser? Gut So, jetzt müssen wir mal gucken Ich hätte hier gerne Elefanten drin Mit wem Elefanten so korrespondieren Ähm Müssen wir nur gucken, welche wir nehmen Die afrikanischen Ich darf mal an, hier ein Blatt zu teilen Ja, super Tolle Was ist mit dem indischen? Auch nicht Na ja, dann gibt's halt nur Elefanten So Wir nehmen aber die Gro... Die Kleinen mit den großen Ohren Brauchen 2000 Quadratmeter Die sollten wir ja jetzt hier haben, oder? Äh Wüste und Graslandschaft Brauchen 148 Quadratmeter Wasser Okay Was für ein, äh Grad 4 Okay, das passt ja Dann können wir nämlich hier auch ganz gemütlich Ähm Ich kann mal an, der Startrad hier Ja Dann brauche ich mich hier große ich hab so das dumme gefühl dass das gehege zu klein ist wir machen das wieder so wie bei den bei den nashörnern ich glaube da wird sich das hier anbieten oder so hier wieder die mauer nein 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 ich muss erst mal schönes mittelmaß ohne umriss ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020